Norddeutscher Rundfunk 2021 Man sieht immer richtig süß aus, wenn du lächelst. Und du hast richtig schöne Augen. Man kann sich so richtig verlieren in deinen Augen. Das ist schön. Vor allem so, man schmilzt so richtig, wenn er anfängt zu lachen. Ja, das macht dann irgendwas mit mir. Du bist so sexy, oh mein Gott. Ich kann ihn nie anschauen. Sorry, hab zu schwer gegessen. Von einer Skala von 1 bis 100, Kürzler Anruhe, eine 120, 130 und mehr. Das ist gerade noch mal entspannend. Warum? Ich musste mich schon sehr zusammenreißen. Also, was ist dein Lieblingsessen? Kartoffelfrei mit Rotkuchen. Nein. Und Würstchen. Was? Zu 100 Prozent bin ich da eh viel verfallen. Wir müssen aber doch nicht auf die Probe stellen, ne? Aber ich glaube andersrum vielleicht auch ein bisschen. Ja, ich auch. Genauso. Zu 110 Prozent. Tut einfach so, als ob wir gar nicht da wären. Ich fand's auf jeden Fall cool von den Jungs, dass sie mir ein paar Tipps gegeben hat, wie man ein ordentliches Zelt aufbaut. Ja, du musst deinen Knie so hoch machen, Bro. Machst du so ein Zelt? Na drinnen kannst du machen, was du willst. Gut. Und was habt ihr in eurem Zwei-Personen-Zelt so alles gemacht? Wir haben Karten gespielt. Ach so. Uno mit Richtungswechsel. Ich glaube Leandro hat gerade einen Stich gemacht. Und jetzt zieht Evi den Joker und dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr. Und jetzt hat's Karton und dann- Bistrahl. Das hat jetzt eine gute Sache. Schön, bis auf. Und dann, wenn du vor,